Ein paar Mitglieder der Wollny-Familie scheinen die Corona-Pandemie zum Anlass zu nehmen, sich etwas mehr auf den eigenen Körper zu konzentrieren. Besonders bei Sarah Jane Wollny fiel in den letzten Wochen auf, dass sie etwas Gewicht verloren hat und sich um ihr Wohlbefinden kümmert. Vor allem auf einem neuen Schnappschuss, den die 22-Jährige auf Instagram postet, sieht man, dass sie abgenommen hat. In einem schönen Sommerkleid steht sie vor einem Spiegel und sieht einfach super aus. Wenn man sich ältere Bilder von vor ein paar Monaten ansieht, fällt der Gewichtsverlust schon auf. Das finden auch Sarah Janes Fans. Großen Respekt für die Abnahme. Wie macht ihr das? Steht ihr sehr gut? ist in den Kommentaren zu lesen. Außerdem wollen einige Follower Tipps von der Wollny-Tochter bekommen, wie sie es geschafft hat, sich zu motivieren. Viele Fans stellen aber auch klar, das TV-Gesicht sah auch vorher toll aus. Die Hauptsache ist, dass Sarah Jane sich in ihrer Haut wohlfühlt und wenn sie dafür ein paar Kilos abnehmen wollte, hat sie das auf jeden Fall geschafft. Wir finden, in diesem Sommerkleid kann sich Sarah Jane auf jeden Fall sehen lassen.